Schade alter Christian hätte das echt carrying können Hätten Jax und ich nicht so geimpft Geil Eis Einfach ne Runde i Lauri spielen Wenn ich mein Leben so sehr hasse Das eh nothing else matters alter Esst einfach nur ein fucking Eis Ihr toxischen Perverslinge alter Wenn du was weg isst Ich genieße doch Willst du jetzt vorschreiben wie ich Eis zu essen habe oder was Fuck Irgendjemand hat mein ganzes Eis aufgegessen Wisst ihr wer das war Einfach lang gewonnen Was willst du machen alter Was willst du machen Casio Gib mir deinen Sehne oh ok Krategischer Rückzug Ja das heißt noch tiefer landen hier Tust du als hätte ich deine Mutter beleidigt oder so Das heißt Dich komplett enttäuscht Einfach Trade gewonnen Alles Hätte Casio einfach besser spielen müssen Muss man schon sagen Ich hab doch gesagt Sie ist fucking um Oh oh Ich hab das Ich hab das Ich hab das Ich hab das Ist over Was was willst du machen alter Ich glaube ich ist so ein Dummer Drecks champion alter Guck mal Guck mal einfach Guck mal einfach Die kann halt direkt wieder base gehen Die kann einfach instant direkt wieder base gehen alter Look at this Look at how disgusting this piece of Shit champion ist alter Gib mir deinen Sehne alter Guck mal aus Disrespect bleib ich jetzt einfach in dieser fucking Gülle stehen Oh ups Kann mir einer bitte sagen was in ihrem Kopf vorging? Das war grad einfach ein Drive by Roadkill Ich weiß nicht ich dachte die hat irgendeinen Plan oder so aber Keine Ahnung Genau ist behindert Ja das stimmt Oh sie hat Blubacht bekommen Und da ist Ivan Ich hab das nicht mehr gebraucht Ich hab das nicht mehr gebraucht Ich hab das nicht mehr gebraucht Doch einfach die Lowie E dann ist sie voll useless Bitch alter Zerstör ein Gegner Richtung Nexus dann kriegst du LP Guck mal Es ist also durch den Trade verlieren Was sie aber nicht beachtet hat sie durch mein E getroffen Und dadurch den Trade automatisch gewinne Wie ihr sehen könnt Kann sie direkt in der Base gehen good luck in me sports alter oh mein gott wenn die leute die kassioperer top spielen verdienen kein fucking mitleid und ich schwöre dir verdienst einfach kein mitleid wenn du casio top spielst selber schuld dass gott ich habe einfach schon wieder ich dachte mir so dass der hilfe kann nicht zum zweiten mal wieder klappen was weit alter Und ich bin voll leuchtet Oh mein Gott Burrito Dab, alter Gutes Spiel, alter Du tierfolisch lache Ich freu mich einfach mal selber nicht der ADC zu sein In der Welt gibt es zwei Arten von Menschen Es gibt ADCs und ADC-Rinde Die ADCs sind die, die verprügelt werden Ich finde es einfach so schön, dass wenn jemand Abonniert oder jemanden Sub verschenkt Oder donated, dass einfach so viel Liebe in den Chat Gepackt wird, alter, das ist so, ich weiß nicht Das macht mich voll glücklich Ich finde, also das sagt jeder Wichser Aber ich finde, ich habe es straight up Die beste Community der Welt Sehr schock Komm Pussy Trau dich Goll Okay, das lief besser als erwartet Wow Jetzt warten wir kurz auf die viel Tempo Und könnten jetzt eigentlich für einen Trade rein Wir sollten eigentlich stärker sein, denke ich Oh mein Gott Ich habe einen Out-Attack für die eh nicht rausbekommen Schade Respektiert meine Autorität Das geht Okay I mean es hätte weitaus schlimmer laufen können Weitaus schlimmer Nice 100% unserer Team Tone Ich habe mir das ein bisschen schwierig Was soll ich sagen Komm meine KDR sagt 0-3 Äh mein Herz sagt Get down Mr. President Nice Maruka ein bisschen spät aber Besser später als nie Sagt man doch immer ne Haha Element Enteritis Äh Kind of Doomed Raus Aus mein Oh leu Aus meinem Game Junge Ich habe gerade 2 x 3 Mann Queues hinbekommen Und Nein Ich hatte fast überlebt Never surrender guys Never surrender Ich versuche jedes Spiel als ein Als eine Lernerfahrung mitzunehmen Manchmal ist diese Lernerfahrung Weil das League of Legends scheiße ist Aber das ist dann halt auch okay Alles ich Mu Mu Motherfucker Lol Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht Da muss ich mal die Kudons warten Oh mein Gott Als wer noch Flesheru hatte Diese dumme Sau ! Muuu Ich habe die gerade einfach so gut wie gesolot, Alter. Mu, Mu, Motherfucker, Alter. Herzlich willkommen in der ADC-Position. Bewohner du, du dumme Kuh. Junge, ich kriege so viele Shutdowns und so viel fucking Mu, Alter. Mu, Warum werde ich von Malserhaar geultet? Von allen Leuten, die er ulten kann. Warum ultet Malserhaar mich? Ich meine, I guess, Bruder, Long, Alter, hier, easy. Super sauberes Spiel von mir. Naja, bis auf das Early-und-Mit-Game, aber darüber reden wir nicht. What the fuck?